Jetzt geht hier aber auch echt gar nichts mehr. Jetzt komm. Alles geben. Fünf Runden überleben. Autsch. Und ein paar Plätze gut machen. Au, ah, oh man. Nicht reinfahren, bloß nicht... Ja, schön. Übler Crash. Aber das gehört dazu. Konzentriert dich. Ey, das... Das regt mich jetzt hier schon fast ein bisschen auf. Was ist denn hier los? Sind wir komplett aus dem Konzept? Das sieht doch schon gut aus jetzt. Schön. Der Start, der gefiel mir doch. Und euch bestimmt auch. Ach, der Platz. Ups. Rick, der freut sich darüber. Ja, genau. Da hat er aber recht. Autsch. Komm, komm! Berühr uns bloß nicht. Sechster Platz. Zum ersten Mal haben wir jetzt hier mal eine Runde überlebt. Ich hoffe, die nächsten vier schaffen wir auch noch. Los! Du hast nicht mehr viele Fahrer vor dir. Weiter so. Das ist aber auch echt gefährlich. Hier fährt man auch am Limit. Ziemlich schnelle Kollegen hier vor uns. Wobei, der ging jetzt. Das war in Ordnung. Nein, berühr uns nicht. Vierter Platz. Komm, komm, komm! Mist. Oh, zu weit außen. Vollgas. Einfach Vollgas durch hier. Oh, schön. Sehr gut. Oh, der antwortet, der antwortet hier direkt. Meine Güte, jetzt geht's hier richtig los. Jetzt wird das hier richtig spannend. Und die ersten beiden, die ziehen davon. Na, zu weit. Dranbleiben. Müssen wir jetzt in der letzten Kurve hier vorne wieder ausbügeln. Vollgas. Dritter Platz. Zwei Runden noch. Und zwei Fahrer sind vor uns. Ja. Wir geben alles. Die sind aber auch schnell. Das war, glaube ich, ein bisschen zu doll. Zu stark gebremst. Oh, Mist. Ich habe jetzt hier aber auch kein richtiges Gefühl. Das gibt's nicht. Ich habe mich immer orientiert an den anderen Fahrern. Das ist jetzt gar nicht möglich. Eine Runde noch und wir sind zu weit weg. Das gibt es nicht. Das ist deine letzte Runde. Jetzt musst du nochmal alles kippen. Es wird wohl auf die letzte Strecke drauf ankommen. Oder die beiden... Ah, ne. Gegenseitig behindern können sie sich auch nicht. Da sind sie auch zu weit voneinander weg. Haben wir am Anfang doch ein bisschen zu lange gebraucht. Einmal zweiter, einmal dritter. Mal sehen, was die Meisterschaftstabelle sagt. Zumindest unsere Zeit nochmal getoppt. Die schnellste Rundenzeit kommt aber nicht von uns. Ja, es reicht, um mit den ersten gleich zu ziehen. Meine Güte. Was für ein spannendes letztes Rennen hier also. Punkt gleich mit den ersten... Oh, Rang 15. Leute. Ach, oh Gott. Das stellen wir uns doch gleich nach ganz hinten. Von Rang 15 müssen wir uns nach vorne beißen. Das kann ja lustig werden. Ja, schön. Besonders wenn es so losgeht. Fünf Runden haben wir zum Glück. Wobei, wir haben gerade auch gesehen. Wenn man nicht schnell nach vorne kommt, dann bringen einen auch die letzten beiden Runden nichts mehr. Da kommt man da einfach nicht mehr ran. Das ist natürlich dann auch ein bisschen Pech, dass wir jetzt so weit nach hinten geschoben wurden. Müssen wir gleich ganz aggressiv hier angreifen. Die Weißentemperatur ist perfekt. So soll es bleiben. Komm. Hier müssen wir jetzt einige schlappen. Da durchmogeln. Einfach mal durch hier. Los, 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 los. Neunter. Ah, da ziehen wir jetzt vorbei. Oh, oh. Erster. Das gibt's nicht. Wie haben wir das gemacht? Wir sind Erster. Hey, nein. Nicht drehen. Ey, Alter. Jetzt dreh uns hier nicht. Massen, Massen, Unfall. Und wir... Ja, mir ist auch übel. Shit. Oh, jetzt geht hier aber auch... Och, ja. Jetzt geht hier alles schief. Nein. Da waren wir kurzzeitig auf Rang 1. Und dann sowas. Aber, wir haben gesehen, es ist was möglich. Es ist hier was möglich. Also, wieder Konzentration, wieder ganz... Wow, aggressiv darauf. Volles Risiko. Volles Tempo. Bisschen durchboxen. Das ist auch erlaubt. Oh, nein. Etwas zu spät nach rechts gezogen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber vielleicht können wir trotzdem angreifen, denn die bekämpfen sich ja gegenseitig auch immer ordentlich. Da ist er. Das ist er. Mit denen sind wir punktgleich. Jetzt wäre er vor uns. Aber wir bleiben dran. Trotz Schaden. Großartig gefahren. Weiter so. Das macht uns ja gar nichts. Oh, 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 oh. Da ziehen wir jetzt vorbei. Komm. Wenn er da eine Lücke lässt, dann nutzen wir diese. Er ist natürlich schneller. Wenn sein Wagen jetzt noch ein bisschen heiler ist als unseres. Oh, da ziehen sie jetzt aber hier ran. Richtig gefährlich. Ich muss schon sagen, die Flitzer, die machen echt Spaß. Ja. Ist schon sehr unterhaltsam hier. Nein. Oh, 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 oh. Zu spät. Shit. Wir wollen, wenn du keine Strafe erhalten willst. Eine Verwarnung haben wir nun. Hoffentlich gibt es nicht noch eine Strafe. Das wäre blöd. Ah, Mann. Da haben wir uns ein bisschen verhakt, da unten. Jetzt sind wir ein bisschen hängen geblieben. Ist das hier spannend. Oh. Ist das hier spannend. Es ist das letzte Rennen in dieser Meisterschaft. Es geht hier also um alles. Wir wurden schon einmal zweiter. Wir wurden schon einmal dritter. Hier werden wir nun hoffentlich erster. Denn damit wäre alles klar. Egal, wie die anderen fahren. Oh, hier sind wir gut durchgekommen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht noch eine Verwarnung erhalten. Und damit eine Strafe. Das war, glaube ich, im grünen Bereich. Ja, wir haben Schaden. Damit auch nicht so viel Topspeed. Und die anderen kriegen jetzt hier von uns doch schön Windschatten. Obwohl, jetzt konnten wir uns gut lösen. Nicht wieder verhaken. Bin ich diesmal ein bisschen ruhiger angegangen. Kann ja auch nicht schaden. Zur Abwechslung mal. Zwei Runden stehen noch vor uns. Aber jetzt läuft es gerade richtig gut. Ein kleiner Vorsprung sogar. Man muss dazu sagen, wir haben ja nicht gerade wenig Schaden. Wir können eigentlich aktuell mit unserer Leistung sehr zufrieden sein. Oh Gott. Bloß nicht sowas sagen. Dann geht das wieder schief. Und da kommen sie auch gleich wieder ran. Vor der Kurve hier habe ich ein bisschen Angst. Aber das müssen wir schon irgendwie packen. Komm, den Kegel haben wir mal weggeschossen. Ah, jetzt saugt er sich hier ran. Hier ist noch nichts gegessen. Oh, wieder ein bisschen hängen geblieben. Das ist aber auch echt eine blöde Stelle. Oh, die sind uns im Nacken. Eine Runde steht noch aus. Die müssen wir jetzt noch packen. Letzte Runde, weiter so. Oh, oh shit. Nein, 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 nein. Oh, ich hatte gerade Angst, dass wir irgendwie eine Strafe bekommen. Dass sie jetzt sagen, wir haben da abgekürzt oder so. Aber Gott sei Dank haben sie da noch mal ein Auge zugedrückt. Jetzt diese Stelle noch überleben. Sehr schön. Hier ist Vollgas, Vollgas, Vollgas. Er kriegt wieder Windschatten. Oh, ja, kommt er ran? Nee, doch nicht. Nee. Macht er nicht ganz so geschickt, wie beim letzten Mal? Jetzt hier vorne nicht wieder hängen bleiben. Seine Reifen haben Profil verloren. Sei vorsichtig in den Kursen. Ja. Es sind die letzten Meter hier. Oh Gott, jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Hier nochmal um die Ecke gebogen. Nein! Oh Gott. Nochmal alles riskieren und dann doch noch Erster. Oh, Leute. Heftig. Aber wir haben es geschafft. Zweiter Platz, dritter Platz, erster Platz. Oh, und das ging jetzt hier wirklich bis zur letzten Runde. Erstklassig gut gemacht. Also, die Meisterschaft schließen wir auf Rang 1 ab. Die kommen danach und haben wir hier mal... Da haben wir eine Rallye. Ah, ja, gut. Also, dann fahren wir mit denen oder mit denen in der nächsten Aufnahmesession weit höher. und mit dem von Rang 1 ab. Von Rang 1 ab.